So, das ist also die Schwiegermutter, Schwiegermutter von der Sandra ist auch hier, die Sandra selber, da sehen Sie immer am Käse-Stand, beim Hit, im Tag, und jetzt sehen wir es heute mal hier außerhalb von der Reihe, der Naden, der Heinz, so, der Heinz, auch schon lange Zeit immer gesehen, so, und das Geburtstagskind, das 90 warst du heute, gell, weil ich mich nicht verrechnet habe, okay, jawohl, mein Check Kaffee getrunken, jetzt geht's gut, das Wetter ist, na der ist nicht so ideal, aber das spielt ja keine Rolle, so,